Yo, stopp, Wanne! Yo, Leute, ich brauche eure Hilfe, Wanne, Moment! Es gibt einen Ort, einen Ort auf dieser Welt, den du niemals besuchen solltest und das ist das Dark Web. Im Dark Web werden ganz, ganz viele illegale Sachen gehandelt. Sehr düstere, sehr grausame und absolut unheimliche Dinge. Und Ladies und Gentlemen, wir haben uns bereits jetzt eine Freundin im Dark Web geklärt. Wir haben uns bereits eine Spinne im Dark Web gekauft und heute werden wir uns zusammen einen Hund im Dark Web bestellen. Kylo, Bro, sorry, ich meinte richtig. Monte, Monte, bitte strike nicht. Hallo, Monte, bitte strike nicht, dass wir... Aber Ladies und Gentlemen, wir gehen rein. Was passiert, wenn man einen Hund im Dark Web kauft? Was wird es sein? Ich weiß es nicht. Wird er lebendig, wird er nicht lebendig, wird er uns angreifen? Keine Ahnung. Und wie immer, um das Video extra gruselig zu machen, schaffen wir es, wie jedes Mal 6.666 Likes für Ehrenbruder Kylo zu bekommen. Okay, wir haben die zwei Boys. Ja. Sie sind back. Okay. Okay. Und den Dark Web, Bro. Sie wissen nicht, wer es gemacht hat? Okay, oh, warte, nein, warte ganz kurz, warte, kurz, warte. Ihr kommt alles nach vorne, ihr kommt nach vorne. Und ihr Jungs, ich brauche euch, ich komme mit nach vorne. Gehen noch rein, alles mit vor. Ja, ja, okay, ich bin gleich ready. Gut, okay, wir können starten mit ihm, ich bin bereit, Regi. Roll the clip. Also, was haben wir? So, sie setzen sich hin. Okay, so that's the website. Haben die Website im Dark Web gefunden. Okay, so that's the website. It looks very suspicious. Hunde, die dich lieben werden. Yeah, the pictures of the dogs are all very poorly affected and blurry. Do-Hund. It says, we will love you for a life and follow you everywhere you go. Grauer Hund, er will dich dein Leben lang, wie du dich immer verfolgen? Dude, you can't buy a dog off of here. Why not? Dude, look, these dogs could be getting abused. Okay. Buy one, make sure it's like being treated, right? Okay, say we actually do order this dog and a dog comes in the mail, who's gonna take care of it? Okay, wir überlegen gerade, ob sie wirklich kaufen sollen. Das ist ja direkt, was passiert, wenn das Hund ist, wenn er wirklich in den Hund kommt. Wer kümmert sich um den? Yeah, but you got the wrong food. Yeah, but it was your fish. Und jetzt reden sie drüber, keine Ahnung, der hat irgendwie einen Fisch gehabt. Der Fisch ist nicht mehr da. Okay, dude, this dog is 800 bucks. And I haven't paid the electric bill yet. What's how much dogs cost? Ja, die diskutieren jetzt über den Hund, Jungs, ist es euer Ernst? Ihr seid im Dark Web, Alter? Bro, hallo? Jungs. Er denkt, es ist ein Scam. Er kauft doch, nein, kauft doch nicht. Oh, nein. Hey, Bro, er fühlt sich nicht sicher, aber kauft trotzdem. Oder dein Ernst? All we can really do now is just set up the cameras and see how it gets delivered. Because I'm guessing that UPS is not going to be delivered to this dog. Okay, what's that? Is it a security camera? Up front. Tonight, you can put the next few days, let's lock our doors. Man, oh, komm, ey, nein, jetzt haben die echt ne Nacht, Mann. Komm, jetzt Hans und Herbert, Hans und Herbert, wieso kauft ihr den Hund im Dark Web, Alter? Hat doch nicht die Spinne. Mann, im Dark Web kauft man doch keinen Hund, Mann. Hans und Herbert, was ist denn los mit euch? Yo, ey, okay, die gucken sich Hunde an im Dark Web, Bro, wieso? Da stand irgendwie dran so, yo, der Hund wird dich für immer lieben und für immer verfolgen, aber, Digga, man kauft doch keinen Hund im, was ist ein Jungs? Er wird wieder verflucht sein, es ist doch... Ich rufe die jetzt an, was war denn? Nee, was soll das? Was soll das? Hallo? Ja, ich bin's. Wieso kaufst du einen Dark Web? Junge, nerv mich nicht, Mann. Ist... Aber... Verflucht, Mann, bist du blöd, spinnst du? Warte, was? Wie, du willst mir sagen, jeder, der jetzt diesen Kanal abonniert hat oder jetzt erst neu abonniert, kriegt, was, 100 Euro von dir? Bitte, was? Ja, ich halte mich da raus. Ja, von mir kriegen die nichts. Nö, ich bin abgehoben. Ich, ich gebe gar nichts. Ich bin abgehoben. Genau. Genau. Bitte, Leute, das ist der erste, wo ich sage, nicht abonniere, auch wenn der hier eingeblendet ist. Ja, bitte. Okay, ja, Leute, also, wenn ihr neu seid und jetzt abonnieren drückt, dann kriegt ihr von dem anscheinend was? 100 Prozent. Ich telefoniere auf jeden Fall mit jemandem und dreht nicht mit mir selbst. Ich... Äh... Abonniert für den Hund den Kanal, dann kriegt ihr hier runde Welpen per Poz über Nacht geschickt. Okay, wir haben den 24. Mai 2019. Unser Hund ist nachts angekommen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Alter, ob den irgendwer vor... Warte, warte mal, was? Hä? Bruder, das ist doch kein Hund. Bro, das ist doch kein Hund. Ist das ein Hund? Sehe ich schlecht? Der hat Hände da... Sehe, das ist ein Dude? Oh nein! Bro, oh mein Gott, das ist... Digga, das ist nicht ein Einbrich, der sich jetzt als Hund verkleidet. Bro, oh mein Gott, ich hab... Ey, Bro, ich hab dir... Herbert Hans, ich hab euch gesagt, kauft nichts im Dark Web. Bro, WTF, Blot Twist, das ist kein Hund. Das ist einfach irgendein Dude, der sich als Hund verkleidet und die jetzt ausraubt, oder was? WTF? 500 IQ von dem. 500 IQ von diesem Dark Web Typen. Wer kauft sich auch nen Hund im Dark Web? Was ist falsch mit euch? Okay, was sucht er? Er läuft rum, jetzt ist er weg. Hat er jetzt irgendwas genommen? The next morning, nächster Morgen. Das haben wir auch noch nie gesehen. Bro, das ist einfach ein Einbrecher gewesen. Er sagt, Bro, Bro, das wäre eingebrochen. Bruder, ich hab euch gesagt, kauft doch nicht. Er sagt, alles ist kaputt bei uns. Er sagt, geh runter, ich zeig die Küche. Okay, Katze sitzt auch da. Katze, wieso machst du nicht Verteidigungskarate? Bamm, Alter! Verbrecher, besiegen Katze, was ist los mit dir? Kamui. Bro, WTF, Alter, ich hab euch gesagt, kauft keinen Ton im Dark Web. Wieso macht ihr es trotzdem? Hört doch einmal auf Onkel Marky, ich gucke jedes Video von euch mal an. Yo, aber stell dir mal vor, das ist wirklich gar nicht so absurd. Stell dir mal vor, ihr kauft auf irgendeiner, keine Ahnung, Dark Web, Webseite, irgendwas und gebt eure Adresse ein. Dann ist doch klar, dass da morgen irgendein vollkommen verrückter Dude vor eurer Haustür stehen kann. Ich mein, Bro, Dark Web, das sind nicht so Leute wie du und ich, die so sagen so, Yo, was geht? Ey, du siehst gut aus. No homo. Ah, komm, Kompliment kann man auch mal geben. Was? Ach, Mädchen, du siehst auch gut aus. Sehr gut. Bist du über 18, gib mir dein Instagram. Was? Bitte was? Hallo? Warte, jetzt beruhigen wir uns wieder. Das sind halt die kompletten Creeps und keine Ahnung was unterwegs. Also, Digga, niemals. No. Haus. Oh Gott, okay, warte mal. Okay, was kommt jetzt noch? Bro, was kommt jetzt noch? Okay, sie setzen sich hin. Sie gucken jetzt zusammen Überwachungskamera an. Was ist das? Er sagt direkt, was ist das, Bro? Das ist... Er sagt, Instant, Bro, das ist ein Dude. Digga, WTF, IH. Okay, der hat die Tür aufgebrochen. Ja, und die checken Instant, okay, war einfach ein Verbrecher. Aber wieso ist der als Hund verkleidet, Bro? Ach, vielleicht, dass man sein Gesicht nicht erkennen kann. Ah, man kann sein Gesicht dadurch nicht erkennen. Okay, er sagt, wir müssen Polizei anrufen. Okay, die wollen Polizei rufen, weil Einbrecher. Ja, Bruder, aber ihr seid doch blöd, ihr seid doch selber schuld für den Einbruch. Okay, sie rufen Polizei an. Ja, er ruft Polizei. Ja, mein Meister, er mag hier. Ja. Genau. Ja, ich bin's. Okay, guys, so we called the police and they pretty much called us idiots for giving out our address, but they don't think that this guy stayed in our house. So, obviously, I'm gonna feel a lot safer going to sleep tonight. Super, meine Damen und Herren, sehr gut, das ist mal wieder Hans-Peter, Sepp, starke Aktion von euch, Jungs. Hans-Peter und Sepp-Jürgen, beide unterwegs im Dark Web. Denken sich, okay, komm, wir kaufen uns heute mal einen Hund. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, wo sie noch irgendwas im Dark Web kaufen, hoffentlich nicht einfach nur ein Einbrecher, der die ausrobbt. Oder F in Chat für euch, F in die Kommentare. Ach, meine Kommentare sind deaktiviert. F in alle mal kurz eine Gedenksekunde für mich, weil meine Kommentare immer noch deaktiviert sind. Dankeschön. Wenn ihr noch eine Episode sehen wollt, 6.666 Likes und ich gucke weiter, was sie noch im Dark Web gekauft haben. Lasst einen Daumen noch um da, lasst einen Like da, lasst einen Abo, einen Like, einen Like, einen Abo und einen Like da. Und dann sehen wir uns morgen oder sowas wieder, klickt hier aufs letzte Video. Dankeschön. Hey, ich bin raus. Gut. Grüüß. 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 Grüüß.